Bleib sofort stehen, Rhino! Bring den Affen zurück in den Zoo! Nix da! Ich hab ihn gestohlen! Er gehört mir! Ich hab ihm sogar einen Namen gegeben! Screechy! Vorsicht! Er heißt Skippy! Tja, ich nenne ihn Screechy! Rhino! Du kannst Skippy nicht als Haustier halten! Er ist ein wildes Tier! Es ist nichts sicher für ihn hier draußen! Wie blöd! Ich habe heute etwas gestohlen und ist dann in einem Baum verloren! Ich hab gehört, Affen können sehr gut auf Bäume klettern! Du hast einen Affen gestohlen, um dir etwas zurückzuholen? Was für eine bescheuerte Idee! Du benutzt Skippy, um dir deine Beute zurückzuholen? Genug gelabert! Auf geht's, Screechy! Sein Name ist nicht Screechy! Man sieht sich, ihr Krabbler! Oh-oh! Pass auf! Wir müssen verhindern, dass die Felsbrocken in den Zoo rollen! Wow! Stoppen wir sie mit einem Netz! Hä? Ja! 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 Okay, der Zoo ist gerettet! Komm schon, kleines Äffchen! Jetzt hilf dem lieben Rhino! Hab keine Angst, Skippy! Wir retten dich! Vorsicht! Vorsicht! Diese Plagegeister werden mich nicht mehr einholen können! Warten! Ich kann nichts sehen! Screechy! Screechy! Du hältst mir die Augen zu! Was hast du nur angerichtet? Ich stecke fest! Wuhu! Skippy hat Rhino gestopft! Der Affe macht es ihm nicht leicht! Okay, Schluss mit den Spiränzchen, Screechy! Du gehörst jetzt zu Team Rhino! Komm zurück, Rhino! Guck nicht so taurig, Screechy! Man muss sehr viel üben, bis man richtig böse ist! Ich bring's dir bei! Du wirst der beste Schundengil für alle Zeiten! Lektion Nummer 1, Screechy! Hör zu! Zerstören! 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 Sehr gut! Das wird unsere Helden aufhalten! Die Brücke! Wir müssen den Leuten helfen! Ich kenne einen Affenmove, der uns helfen kann! Wir benutzen unsere Netze als Schwänze! Und zwar so! Keine Angst, ich hab dich! Danke! Gut gemacht! Diese Affenmove sind wirklich praktisch! Und jetzt lass uns die Brücke reparieren, damit sich niemand verletzt! Wir müssen sie nur flicken, bis sie richtig repariert wird! Und ich wette, wir können dafür noch ein paar Affenmove benutzen! So, das sollte halten! Wir müssen Rhino fangen, bevor er noch mehr Schaden anrichtet! Und Skippy braucht uns auch! Los, komm! Schaut Spidey und seine Superfreunde im Disney Channel!